Einen wunderschönen, sonnigen Tag, meine Lieben! Ich als Spaghetti-Eis-Liebhaberin liebe es, verschiedene Leckereien in der Geschmacksrichtung und Form von Spaghetti-Eis zu kreieren. Ihr kennt ja bereits auch schon einige Rezepte von mir. Heute gibt es diese leckeren Cheesecakes im Glas mit Spaghetti-Eis-Topping. Die sind so lecker und einfach perfekt für die Jahreszeit. Jetzt fangen wir auch schon sofort mit den Zutaten der Zubereitung an. Für die Cheesecake-Masse werden zuerst Mascarpone sowie Quark, entweder Speise- oder Magerquark und Zucker sowie Speisestärke und Vanilleextrakt ca. 2 Minuten cremig gerührt. Diesen Schritt könnt ihr gerne mit dem Handmixer machen oder auch einfach in der Küchenmaschine. Anschließend kommt die flüssige Sahne hinein, diese kurz unterrühren und zum Schluss werden dann die Eier nacheinander unter die Masse gerührt. In dieser Zeit könnt ihr dann schon mal den Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und eine ofenfeste Schale mit etwas Wasser befüllen und diese dann auf den Boden von dem Backofen stellen. Dieser Schritt sorgt dafür, dass die Cheesecakes nicht reißen. Und dann brauchen wir hierfür noch 7-8 Gläser. Die sollten natürlich ofenfest sein. Meine kann ich euch gerne unten in der Infobox verlinken. Und die Cheesecake-Masse wird dann in die Gläser verteilt. Diese werden dann für ca. 30-35 Minuten im Backofen gebacken, bis die Oberfläche leicht Farbe abbekommen hat. Also habt bitte ein Auge drauf, kann etwas länger oder auch kürzer dauern, je nach Backofen. Nach der Backzeit sollten die Cheesecakes dann komplett auskühlen. Am besten dann für mindestens 2-3 Stunden oder über Nacht in den Kühlschrank stellen. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Und hier seht ihr zum Beispiel, wie die Cheesecakes während dem Backvorgang schön aufgehen. Und beim Auskühlen gehen die dann wieder etwas runter. Dieser Schritt ist auch total normal. Für die Spaghetti-Eiscreme benötigen wir Mascarpone sowie Quark und Schlagsahne. Hierbei ist es egal, ob Speise oder Magerquark. Und die 3 Zutaten sollten unbedingt kalt sein. Wir benötigen dann noch Sahne, Steif, Zucker, Vanilleextrakt und Zitronensaft. Hierfür werden alle Zutaten cremig aufgeschlagen. Anschließend könnt ihr die Creme auch schon in euren Spritzbeutel mit runder und dünner Tülle füllen. Und dann geht es weiter mit der Erdbeersauce. Dafür benötigen wir Erdbeeren und Puderzucker. Und hierbei könnt ihr auch tiefgekühlte Erdbeeren verwenden. Die sollten dann unbedingt aufgetaut sein. Und die werden dann einfach in einer Küchenmaschine, in einem Mixer oder zum Beispiel mit dem Pürierstab fein püriert. Und dann geht es auch schon ans Anrichten. Zuerst wird die Creme im Spritzbeutel mit kreisenden Bewegungen auf die Gläser bzw. in die Gläser auf die Cheesecake-Masse gespritzt. Und so, dass die auf jeden Fall wie Spaghetti aussehen. Und dann kommt auch schon die Erdbeersauce oben drüber. Dann brauchen wir noch geraspelte weiße Schokolade. Diese kommt dann auf die Erdbeersauce. Und auf Wunsch könnt ihr dann die Cheesecakes dann noch mit frischen Erdbeeren garnieren. Anschließend kann man sie sofort servieren oder einfach bis zum Verzehr erkühlt stellen. Die genauen Mengenangaben zum Rezept findet ihr natürlich wie immer unten in der Infobox. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Und ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr das Rezept findet. Und ich hoffe, wir hören zu meinem nächsten Video. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.